Liebe, liebe Freunde, willkommen zu diesem eher ungewöhnlichen Video. Wir haben heute wieder ein Let's Play vorbereitet, wir konnten keinen Talk machen, keine News machen. Wir stecken nämlich mitten in der Vorbereitung für morgen. Was für morgen, werdet ihr euch fragen? Ja, wir sind morgen in den ESL Studios in Köln und werden für den Publisher Rocksteady ihr neues Spiel Batman Arkham Knight der Öffentlichkeit vorstellen. Ich freue mich da so richtig drauf. Ich werde eine Moderatorenrolle übernehmen für die ESL in den Studios mit der Melly, einer anderen Moderatorin für die ESL. Die werdet ihr wahrscheinlich auch aus WDR 360 kennen. Wenn ihr dabei sein wollt, ab 17 Uhr morgen am 24.06. geht es los. Eineinhalb Stunden lang werden wir in dieses geile Spiel reinschauen, ein bisschen darüber quasseln bei der ESL. Ich würde mich super freuen, wenn ihr natürlich dabei sein könnt. Unten in der Videobeschreibung ist selbstverständlich der Link zum Stream. 17 Uhr geht es los, eineinhalb Stunden, www.twitch.tv. Bis morgen. Wir sehen uns spätestens Donnerstag in den Game News, denn dann kommt auch noch was über Batman Arkham Knight. Und ich denke, einen kleinen Vlog werde ich dort in den Studios auch gedreht bekommen. Bis dann. Ciao, euer Buddy.